Leute, wir brauchen den Ball! Nach vorne! Jetzt geht's, 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 geht's! Voll! Ja, ich glaube, ich kann! Und das ist es! Ja, ich spiele doch den Ball, aber oh, was ist das? Los, jetzt geh hinter! Nein, ich nicht! Jetzt geh hinter! Wir sollen nach vorne spielen, wir müssen 3-4 kriegen! Ganz ehrlich, scheiße! Ich lasse die Kino von drunter, hör zu richtig an! Was willst du nach vorne mit deinem Arsch? Das war doch in den Ruhm! Hüpfe den scheiß Haar doch mal! Ehe, du, heute! Zumal, zumal, zumal! Komm, 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 Lui! Hier muss irgendjemand anderes anbüren, ich brülle ja alles zusammen. Ich bin ja ganz woanders, ich brülle dir irgendwas an, und du bist 20... ...und hin! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Hier sehen wir den Trainer vom 1. FC Köln, Steffen Baumgart, der heute leider nicht an der Partie teilnehmen konnte, wegen eines positiven Corona-Tests. Und man sieht ihn ja so in Aktion, wie wir Steffen Baumgart kennen und lieben. So wollen wir den Fußball erleben, Leidenschaft und alles reinwerfen. Ich glaube, das lieben wir alle in ihm, deswegen ist er so ein sympathischer und so ein toller Trainer. Und jetzt will ich gar nicht so viel drum rumlabern. Hier gibt es nochmal das ganze Video hier von Steffen Baumgart. Viel Spaß damit und ich sage schon mal bis zur nächsten Folge und ciao! Leute, wir brauchen den Ball! Nach vorne! Jetzt geh, geh, geh! Voll! Wir haben den Aufsicht an! Und das ist es! Wir haben Spiel doch den Ball! Oh, was ist das? Los, wir gehen da! Nein, ich nicht! Wir gehen da! Wie soll ich da vorgespielen? Wir sind reich zu kriegen! Ganz ehrlich, die Scheiße! Ich lasse Telefon runter, hör mich hier an! Was willst du nach dem Hochdeck mit deinem Arsch? Das war doch in den Brunnen! Wir haben den Scheißharrer noch mal! Ehe, du, heute! Zum Ball, zum Ball, zum Ball! Gott, 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 Lui! Ich muss irgendjemanden anbüllen, ich brülle hier alles zusammen! Ich bin ja ganz woanders, ich brülle dir irgendwas an und du sagst, ich f*** nicht! Ich kann den Brunnen, ich gucke das! Ich bin ja ganz woanders, 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 ich bin ja ganz Vielen Dank.